Unterwegs in ganz Brandenburg, studentische Berater auf dem Weg von Cottbus nach Luckau. Dort am Gymnasium präsentiert sich heute die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg und gibt Hilfestellung für eine sehr wichtige Frage. Wie finde ich das richtige Studium? Diese Frage bewegt viele Schülerinnen und Schüler. Wie man im Internet seriöse Studieninformationen recherchiert, ist dabei nur ein Angebot. Besonders interessiert sind die Schüler daran, was ihnen Studierende über ihr Studium erzählen können. Die Studierenden des Orientierungsteams des College erzählen über ihre eigenen Erfahrungen und das ist für die Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar und sehr wertvoll. Die Studierenden berichten dabei über ihr spezifisches Fachgebiet, bei Laura ist dies Architektur. Speziell die Architektur ist an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg ein beliebtes und gut bewertetes Studienfach. Auch die Architektur des Campus ist beeindruckend. Wer hinter die Fassaden blicken möchte, hat dazu verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel das Probestudium. Hier treffen wir wieder Laura, die den Schülern Einblicke vermittelt, was sie in ihrem Studium erwartet, welche Aufgaben und Schwierigkeiten bewältigt werden müssen. Diese Möglichkeiten, sich vor dem Beginn des Studiums mit seinem Fach und den geforderten Kompetenzen auseinanderzusetzen, wurden jetzt an der BTU zu einem neuen konzentrierten Konzept zusammengefasst, dem College. Was das bedeutet, erklärt Matthias Koziol, der wissenschaftliche Leiter. Der Begriff College befasst alle Phasen der Studienvorbereitung für Studierwillige, die aus dem Abitur kommen, aber auch aus dem Beruf kommen. Und innerhalb dieses College bieten wir Kurse an, wir bieten Orientierung an und wir bieten eine Begleitung im ersten und zweiten Semester. Das College berät über Berufe, über Voraussetzungen, über Möglichkeiten der Arbeitsfelder. Insofern berät das College sozusagen sehr, sehr umfänglich. Viele Studieninteressierte und Anfänger sind sich unsicher, ob sie den Anforderungen eines Studiums gewachsen sind. Das College hilft, diese Befürchtungen zu vermeiden. Es gibt Einblicke in die akademischen Arbeitsweisen, beispielsweise die kreativen Prozesse im Architekturstudium, oder die Anforderungen, die dem Studien neuen Link in den klassischen naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern wie Mathematik, Chemie oder Physik abverlangt werden. In den Vorbereitungskursen kann man sich mit dem Stoff vertraut machen. Wir haben als Kursleiter Assistenten, wissenschaftliche Mitarbeiter gewinnen können, die an den wesentlichen Grundlagen betonten Lehrstühlen arbeiten und insofern genau wissen, was die Professoren für Anforderungen haben und darauf zielgerichtet vorbereiten. Die Angebote des College richten sich einerseits an beruflich Qualifizierte, die bereits im Berufsleben standen und jetzt studieren möchten. Diese Zielgruppe will einschätzen können, wie gut sie mit dem universitären Unterricht zurechtkommt. Andererseits ist es wichtig, Schülerinnen und Schüler, die gerade das Abitur machen oder gemacht haben, in der Orientierungsphase zu betreuen. Das College ist selbstverständlich an Schulen unterwegs. Wir versuchen mit den Schülerlaboren, aber auch mit Beratungsangeboten unserer Studienberatung zu informieren, was man studieren kann, wie man studiert und wie man sich darauf gut vorbereiten kann. Campusführungen sind der einfachste Weg, einen Blick auf die Uni zu werfen. Regelmäßig sind Gruppen unterwegs und besichtigen Bibliothek, Hörsäle, Ateliers und Forschungseinrichtungen. Aber viele Schüler kennen die BTU schon durch das Schülerlabor. Dies wird von Schulklassen besucht. Spannende und lehrreiche Versuche der Physik und Chemie sind im Angebot. Von Senftenberg aus fährt der Science on Tour Bus durchs ganze Land, um in Schulen Experimente anzubieten, die dort sonst nicht realisierbar wären. Das Besondere bei Science on Tour sind die studentischen Tutoren, die den Schülern ein authentisches Bild von der Uni und den jeweiligen Studienfächern vermitteln. Für viele Studienfächer bietet das College nicht nur Vorbereitung, sondern auch Betreuung im ersten Semester. Das können Zusatzangebote wie eine Architekturexkursion sein, aber auch ein wöchentlicher Kurs für die Grundlagen der Biotechnologie, der speziell als Prüfungsvorbereitung ausgelegt ist. Wir bieten in den ersten zwei Semestern, begleiten zum Studium, Tutorien, Mentorenbetreuung, aber auch Prüfungsvorbereitung an. Und ich glaube, das ist ein ganz klar erkennbarer Vorteil, den jeder zu schätzen muss. Studieninteressierte brauchen keine Scheu vor der Uni zu haben. Das College der BTU Cottbus Senftenberg kümmert sich um sie. Durch Orientierungsangebote, Studienvorbereitung und Begleitung wird die Wahl und der Beginn des Studiums erleichtert. Ein Erfolgsmodell, das es in Brandenburg nur an der BTU Cottbus Senftenberg gibt. Wir sind sehr zufrieden mit der Akzeptanz. Wir haben deutlich mehr Teilnehmer erreicht, als wir zunächst erwartet haben. Und auch intern beginnen die Hochschullehrer, sich positiv mit dem College auseinanderzusetzen und die Stärken für sich auch als Werbung zu nutzen.